Was muss ich essen, um solche Muskeln aufzubauen? Tja, reicht da ein Whey Shake? Muss ich noch was anderes konsumieren? Wann nach dem Training sollte ich was essen, um die Muskelproteinsynthese in die Höhe zu treiben? Das sind einige Fragen, die in der Bodybuilding-Welt immer noch für viel Gesprächsstoff sorgen. Der eine macht dies, der andere macht das. Es gibt aber ein paar interessante Hinweise, was man so tun kann, was das Mealtiming betrifft, was man essen kann, um da vielleicht ein bisschen zu optimieren. Dieses Video wird präsentiert von Pogge.coach, deiner Internetadresse für höchst individuelle und professionelle Ernährungspläne und Coachings. Und zwar gibt es eine interessante Studie, es geht um Käse. Käse-Aufnahme hier nach dem Training erhöht eben auch die Muskelproteinsynthese in Ruhe und eben auch nach dem Training. Allerdings muss man hier auch berücksichtigen, jo, das kommt von der Milchindustrie, von der Käseindustrie, aber macht trotzdem nichts, weil wir uns da ein paar andere Sachen angucken können, die für die Sportler und Bodybuilder da draußen vielleicht doch ganz interessant und relevant sind. Also, dass man jetzt unbedingt Käse essen muss, das lassen wir mal so ein bisschen außen vor, aber ein paar andere Sachen sind da schon ganz interessant und witzig. Und zwar gucken wir mal in die Geschichte ein bisschen rein. Ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen und euch langweilen. Ich zeige euch mal so ein paar Sachen, die ich hier angekreuzt habe. Grundsätzlich war die Fragestellung hier, was ist, wenn wir 30 Gramm Protein aus einem Whey-Isolat zum Beispiel nehmen, das heißt eben Milchprotein nehmen oder 30 Gramm Protein aus Käse nehmen. Gibt es da einen Unterschied, was die Muskelproteinsynthese und so weiter betrifft? Das wollte man am Ende herausfinden. Wie hat man das Ganze gemacht? Das Ganze hat man hier im Kraftsport gemacht, das heißt man hat hier eine kleine Übung gemacht, ja so ein bisschen Beine hat man hier gemacht, Bein drücken und entsprechend hat man dann hier ein paar Sätze gemacht und hat das dann nachher kontrolliert, was dabei rausgekommen ist. Das Ganze bis zu vier Stunden hat man dann geprüft, ja, wie viele Proteine waren in dem Blut enthalten, wie war die Muskelproteinsynthese vier Stunden danach. Da kann man natürlich am Ende schon ein bisschen abschätzen, wann sollte ich was essen, wie lange dauert das an und so weiter. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Grundsätzlich, die Ergebnisse, die sage ich euch gleich nochmal, in der Zusammenfassung waren die Ergebnisse so, dass ich eben entsprechend, wenn ich Käse oder Milchprotein esse, es insgesamt bei der Proteinsynthese keinen großartigen Unterschied gibt. Allerdings, was interessant ist, ist, dass das Ganze zum einen auch ohne Training funktioniert und zum anderen gibt es einen Unterschied zwischen Milchprotein und Käse, den ich gleich nochmal ein bisschen genauer zeige. Also, hier hat man entsprechend insgesamt das Ganze nachgucken wollen und man hat hier 20 gesunde junge Männer genommen, im Durchschnitt 25 Jahre alt, Durchschnitt BMI von 23, war eine ziemlich lange Range, also eine BMI von 18 bis 30 hier ungefähr. Das heißt, da kann jeder Zuschauer, der hier zuguckt, der fällt eigentlich so irgendwie wahrscheinlich in diese Range. So, dann haben wir das Ganze mit einem DEXA-Scan gemacht. Wir haben entsprechend angeguckt, welche Proteine werden im Körper wie wo verstoffwechselt. Das hat man mit markierten Proteinen gemacht und solche Geschichten, aber interessiert er uns ja nicht. So, dann hat man so ein paar Übungen gemacht, hier verschiedene Übungen. Müssen wir uns jetzt auch nicht mehr beschäftigen, also nur ganz normales Krafttraining im Prinzip und hat dann eben am Ende geguckt, was kam raus. Was haben sie gegessen? Die haben 30 Gramm Protein gegessen, einmal aus Milchprotein, einmal aus Käse und das ist natürlich dann eine unterschiedliche Menge. Klar, Käse kommt noch mit Fett dabei. Das heißt, man hatte hier 103 Gramm an Käse, was man denen dann gegeben hat, mit 250 Milliliter Wasser. Also Käse und dann nochmal Wasser hinterher drücken und man hat in der anderen Gruppe 37 Gramm Milchprotein gegeben, in Wasser aufgelöst, in 300 Milliliter Wasser. Also nicht in Milch aufgelöst, sondern nur das Milchprotein selbst in Wasser dann aufgelöst. Mit Milch würde es die Sache natürlich ein bisschen verfälschen, weil entsprechend beim Käse ja auch Milchkomponenten wie zum Beispiel Milchzucker rausgenommen werden. So, dann hat man natürlich eine Sache und das der Käse natürlich insgesamt dann mehr Kalorien bietet. Das ist klar. Wenn ich natürlich nur das Pulver nehme, habe ich ungefähr halb so viele Kalorien, wie wenn ich den Käse noch essen würde, weil im Käse natürlich noch Fett drin ist, in den Milchprotein natürlich im Endeffekt nicht. Das ist klar. So, dann hat man auch verschiedene andere Werte genommen. Glucose, Insulin, bla bla bla. Wir gucken uns einfach mal das gesamte Ergebnis an. Ja, wir gucken uns das optisch an. Das ist ein bisschen einfacher. Insgesamt muss man natürlich sagen, was die essentiellen Aminosäuren betrifft oder Aminosäuren generell, die Proteinzusammensetzung ist natürlich jetzt nicht großartig anders, was entsprechend Käse und Milch betrifft. Klar, ist beides Milchprodukt und beides besteht natürlich in irgendeiner Weise dann aus dem Milchprotein. Gibt kleinere Unterschiede. Das kann verschiedene Ursachen haben. Wie lange der Käse, aus welcher Milch und solche Geschichten. Aber grundsätzlich gibt es da kaum Unterschiede, was die essentiellen Aminosäuren betrifft. Dementsprechend Käse und Whey-Protein in diesem Sinne dann ungefähr gleich. So, dann hat man das über verschiedene Zeiträume hier so gestreckt. Man hat immer wieder Blut abgenommen. So alle 30 Minuten hier entsprechend bis hin zu 4 Stunden halt. Hat dann eben auch eine Biopsie gemacht. Das heißt, man hat den Muskel rausgesaugt aus den Beinen und hat dann entsprechend hier einmal Käse und einmal den Shake gegeben und hat dann eben nochmal kontrolliert. Also vorher hat man das gemacht hier und nachher hat man das Ganze dann gemacht. So, gehen wir dann weiter runter. Dann sehen wir hier die Glucose. Jetzt ist die Frage, erhöht ein Whey-Shake euren Blutzuckerspiegel? Nö, tut er nicht. Das heißt, der Glucosespiegel hier ist eigentlich völlig gleich geblieben. Da hat sich nichts getan. Also, sowohl Käse als auch Milchprotein erhöht nicht den Glucosespiegel. Sehe natürlich anders aus, wenn wir das Ganze jetzt mit richtiger Milch machen würden. Das ist klar. Insulin, ganz interessant jetzt. Insulin wird erhöht durch das Milchprotein. Das ist natürlich interessant. Könnte daran liegen, dass natürlich bei dem Käse auch noch Fett mit dabei ist. Das Ganze deutlich langsamer aufgenommen wird. Und der Insulinspiegel deshalb bei Käse nicht in die Höhe schießt. Wobei, in die Höhe schießen ist natürlich immer relativ. Wir haben natürlich hier jetzt keinen Vergleich zu entsprechend Glucose oder sowas. Das sehen natürlich nochmal deutlich anders aus. Wir haben ja nur den Vergleich zwischen den beiden Geschichten. Was wir aber festhalten können, ist, dass durch einen Whey-Shake auch Insulin ausgeschüttet wird. Was aber nicht schlecht ist. Insulinausschüttung ist ja dann gut, gerade wenn es eben auch um Muskelaufbau etc. geht. Und wenn man jetzt sagt, ich muss unbedingt Gummibärchen oder Kohlenhydrate nach dem Training essen, damit Insulin ausgeschüttet wird. Ne, geht auch so. Also funktioniert so, um den Muskel ausreichend zu versorgen. Dann haben wir noch eine Aufteilung der einzelnen entsprechenden Aminosäuren. Die Aminosäuren hier, Leuzin beispielsweise, sieht man ganz klar, dass bei den runden, bei den weißen Kreisen hier entsprechend, dass das deutlich schneller nach oben geht. Das heißt, der Whey-Shake, den ihr dann trinkt, der ist nach ungefähr 30 Minuten hier am höchsten Punkt in eurem Blut. Das heißt, nach 30 Minuten hat euer Körper das ganze Zeug dann zur Verfügung und kann das dann in der Muskulatur wieder umwandeln. Das Ganze hält dann ungefähr hier 60 Minuten, 2 Stunden an und dann sinkt es halt wieder langsam ab. Aber ihr seht, die Werte sind trotzdem gegenüber dem Ausgangswert auch längere Zeit ein paar Stunden später, hier 4 Stunden später immer noch erhöht. Sagen wir mal so, wahrscheinlich so 4-5 Stunden kann man damit rechnen, dass die Werte noch erhöht sind und deshalb auch der Muskel gut versorgt ist. Jetzt ist die Sache, das Ganze gilt für alle essentiellen Aminosäuren. Beim Käse sehen wir jetzt aber was Interessantes und zwar, dass das Ganze langsam steigt. Das heißt, eure essentiellen Aminosäuren im Blut steigen langsam und haben den Höhepunkt dann ungefähr so bei 2-3 Stunden am Ende. Heißt, jetzt könnte man natürlich schon mal überlegen, wenn man sich das so anguckt, coole Sache, ich könnte ja jetzt entsprechend erstmal einen Whey Shake trinken, direkt nach dem Training, ja, und dann esse ich irgendwie eine Stunde später, esse ich nochmal ein Stück Käse, ja, mit 30 Gramm Protein, um das Ganze auf die Dauer eben auch noch zu ziehen. Und das wäre eine Möglichkeit, um vielleicht, wenn man jetzt sagen möchte, ich will irgendwie 100% versuchen und so weiter, dass man das so macht. Als kleine Empfehlung, ja, könnte man so machen. Wir gucken uns das Ganze weiter an. Dann sieht man eben hier noch die Muskelproteinsynthese, die wir uns hier unten angucken. Und da gibt es auch was Interessantes und zwar, hier ist die Muskelproteinsynthese einmal mit Käse in schwarz und einmal mit Milch eben in Reis. Und da sieht man, ja, es gibt, beide sind im Ausgang gleich. Beide haben aber auch die gleiche Muskelproteinsynthese entsprechend, wenn man Käse konsumiert oder Whey Shake konsumiert, egal ob ich trainiere oder nicht. Ja, also 0 bis 4 Stunden, nachdem ich das einfach trinke, ist die Proteinsynthese erhöht. Mit Training allerdings ist das Ganze nochmal erhöht. Das heißt, mit Training habe ich natürlich eine höhere Proteinsynthese hier als entsprechend ohne Training. Es ist aber, und das ist ganz interessant, es ist eigentlich völlig egal, ob ich Milchprotein jetzt zu mir nehme, ob das schnell ins Blut geht oder ob das langsam ins Blut geht. Das Ganze ist hier relativ gleich. So, man könnte sich natürlich noch angucken, ja, bei Milchproteinen geht das Ganze auch nochmal ein bisschen schneller und solche Geschichten. Und da kommt wieder der Käse zum Tragen, dass man tatsächlich über längere Zeit, so ab 2-3 Stunden, dann eher vielleicht mit dem Käse das Ganze nochmal ein bisschen höher halten könnte. Braucht man jetzt unbedingt da auch noch spezielles Protein oder sowas? Ich glaube eher nicht. So, wir gucken nochmal hier rein. Hier gibt es dann eben auch mal in zusätzlichen Downloads, gibt es dann nochmal die einzelnen Aminosäuren, wo man dann eben auch interessanterweise sieht, ja, einige Aminosäuren sind dann eben bei dem Whey-Protein höher, andere dann wieder mal nicht. Also hier, ne, Glycin zum Beispiel, Alanin, Arginin, Lysin, Leuzin, Isoleuzin und so weiter und so fort. Aber hier sieht man halt immer wieder, zack, so nach 2-3 Stunden, dann kommt der Käse nochmal nach, dementsprechend könnte man natürlich damit im Endeffekt arbeiten. Ja, das war doch hoffentlich mal ganz interessant, wie sowas aussieht, Käse im Vergleich zu Whey-Protein. Als Empfehlung am Ende kann man natürlich sagen, klar, direkt nach dem Training, zack, eine Shake rein, dann funktioniert die ganze Geschichte, dann hat man für die Muskelproteinsynthese direkt nach dem Training schon mal was zur Verfügung. Das geht ja auch relativ zügig, ja, schon 30 Minuten später hast du das Zeug drin und dann funktioniert das mit der Muskelregeneration und sinkt dann eben über die nächsten Stunden wieder ab. So, also, wenn ihr noch Fragen dazu habt, Ergänzungen, andere Studien, andere Vergleiche sehen wollt, was ist hiermit, was ist damit, schreibt es gerne unten rein. Ansonsten findet ihr auch auf Patreon weitere Videos dazu, wie man seine Mahlzeiten besser optimieren kann, zu Proteinen und solchen Geschichten zum Training, wie man sein Training optimieren kann. Schaut auf Patreon vorbei, da gibt es solche Geschichten nochmal intensiver. Und ansonsten, Daumen hoch, kommentieren, Video-Vorschläge und bis zum nächsten Video. Dieses Video wird präsentiert von Pokemon Coach, deiner Internetadresse für höchst individuelle und professionelle Ernährungspläne und Coachings.